Huuu! 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 Ja, ich bin jetzt hier in deinem Team. Ja, das heißt, ich würde wieder zurück switchen. Huuu! Huuu! Hau mal deinen Squad rein rein. Okay, gut. Komm, lass uns jetzt mal zusammenlaufen. Ja. In welchem Squad bist du? Wir joinen jetzt mal diesen Typen hier. Ich bin im gleichen... Hau mal deinen Squad-Perk rein, du Assi. Ich hab noch einen Squad-Perk. Munition. Hast du echt? Oh, ich wollte gerade in den Panzer gehen, aber das ist wohl keine gute Idee mehr. Wo bist du? Du, rate, du, rate. Du rennst in die falsche Richtung. Ey, kann man ja auch mal durch, scheiß Zaun, ey. Tschüss. Komm, Panzer, komm. Komm. Komm, Fluffy. Komm, komm her. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm ein bisschen. Komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Du bist ein böser Hund. Wow. Es ist alles in Ordnung, André. Es ist alles in bester Ordnung, dieser... Fahrzeug kann verfähig gemacht. Warum fährt er nicht? Dieser nette Mensch. Danke, dass du dich auch mal fährst. Dich auch mal fährst. Fahr dich mal selber, du Bastard, ey. Ja, ne, danke, dass du dich auch mal fährst. So, deswegen lassen wir jetzt unsere Gewalt, so wie alle Menschen es machen, lassen wir jetzt unsere Gewalt an der Natur aus. Und fällen erstmal ein paar Bäume und kriegen Display-Freezes, weil wir Bäume gefällt haben. Shit. Die Natur rächt sich natürlich sofort an uns. Äh, ja, ja. Die haben 100 Pro, glaub ich, in Cheaterland. Ich mein, guck dir mal die Punkte von deren ersten Typen an. Der hat mehr als der zweite zusammen. Als der zweite zusammen? Das macht irgendwie Sinn, Yannick. Ja, ich weiß. Der hat mehr Punkte als der zweite. Echt? Junge, ich kann kein Deutsch mehr, Deutschland ist scheiße. Ihr seid alle kacke, weil ihr in Deutschland lebt. Und, ey, ich mein, dein Abos sind ja sowieso kacke. Ob ich immer so gesagt haben werde. Ey, jetzt weiß ich mich, warum ich nicht mehr sprinten kann auf einmal. Du mutierst so einen Running-Gag. Ja, ich hab 10 FPS, du's freut mich grade ziemlich. Ich werd mich jetzt auch darüber nicht beschwenden, sondern das einfach so hinnehmen. Ich kann nicht mehr rennen, hallo? Ist meine Shift-Haschle jetzt irgendwie im Arsch? Geiles Team, geiles Team, ja raus hier. Junge, das ist ja so, das ist ja so offen. Junge, meine Windows-Radios jetzt übel. Guck dir mal unser Team an. Guck, guck mal. 0, 0, 0, 2, 0, 3, 0, 5. Ey, Junge. Guck dir mal den Typen da an, ey. 11, 18, André, 18. Wie schlecht ist der denn, ey? 4, 6, ey. Was ein Opfer, ey. Oh, Moment. Das bin ja ich. Das ist ja mal so unglaublich lächerlich. Also, wie gesagt, Leute. Raus, 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 raus. Hier, ne? 2 Uhr nachts. Will ich nur noch mal so an Rande betonen. Ich such mal einen besseren Server. Konzentration, äh, ne? Wisst ihr was, äh, Alter 4, ne? Bis gleich. Lächerlich, ey, lächerlich. Mach mal lieber sicher, dass du mein Team kommst. Mach mal, was ist das lustigste Geräusch, was du kannst? Halt die Fresse. Nein, lustig. Nicht deprimierend. Handgel, falsches Team. Nicht deprimierend. Team switchen. Lustig. Nicht deprimierend. Ey, wenn ich jetzt sterbe in diesem Team, ne? Dann hau ich irgendwas K.O. Kannst du auch mal was anderes sagen? Kannst du mal bitte auf meine Frage antworten? Was laberst du da, du Hans? Einfach nur... Mach doch mal einfach mal was. Nö. Du musst mal ein bisschen Interaktion. So, ich nehm jetzt wieder auf. Ja, was ist... Oh, ja. Was ist das? Arabisches Radio? Äh, wieso kann ich nicht scharf... Aber wir müssen verteidigen. Ich frag mich, wieso kann ich nicht scharf machen? Nö. Ein blaues Kästchen. Ein Mauszeiger. Und ich bin Angreifer. Ich bin kein, äh... Was auch immer du bist. Oder? Bist du Angreifer? Äh, keine Ahnung. Ne, ich bin Verteidiger. Gut. Dann warte erstmal in dein Team. Äh, dann gucken wir jetzt erstmal, wer jetzt im Winterteam ist. Hihihi. Und dann gucken wir nachher, wer da rüberscheuen kann. Ahahaha. Fette Tricks. Cheaten und so. So, äh. Ja, 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 ja. Geiles Team, geiles Team, ja. Ja. Juni, du! Du bist so ein Vogel, ne? Du wartest immer ab, du bist von der Unten. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, Yannick. Dieses Video belegt zu 100%, dass ich die ganze Zeit da gewartet habe. Schon seit Anfang des Spiels, um dich dann zu killen. Wieso spielt's wieder UNP, frag ich mich gerade. Das ist die dümmste Waffe, die ich dir. Hä? Oh, gut. Der Typ fällt mir zu Füßen, ey. Ja, Juni, du hast so nen Lack-Hack. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Wo kann ich mich denn hier gut passieren? Am besten, äh, hier. Oder so. Ähnlich. Irgendwie. Willst du mich nicht verarschen? Äh, vielleicht. Äh, vielleicht. Ich auch irgendwie, das gefällt. Von wo kommen denn die Gegner? Wo ist denn die Gegner? Wo ist denn die Gegnerische Main Base? Ja, ich glaube, ich sollte doch lieber das Spiel schon wieder zurück. Also da ist A, da müssen wir jetzt hin und wo sind die Feinde? Weiß ich noch nicht, ey. Upsala. So, ich hab wieder zurückgesucht, in welchem Team bist du? Upsala. 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 Du bist einfach in der Gegend rum und machst gar nichts. Oh ja, okay, gut. Ich glaube, ich muss aber... Ja, back to, was offiziell bestätigt wurde, back to Kharkhand ist immer noch verbuggt. Also das ist immer noch, ist gerade erst rausgekommen. Aber trotzdem. Upsala. Ist auch egal. Wieso bin ich eigentlich immer so schlau? Wieso... Hey, ich Alter 4, wir suchen uns einen Unter-Zurper. Junge, jetzt bleibst du in den Server aus, sonst reiß ich dir die Eier ab. Ja, ich bin schon jetzt raus. Hahahaha. Komm mal raus, da jetzt. Nö. Nö. Ja doch. Doch, ich such mir jetzt einen normalen Server. Nein, nein. Ich komm jetzt nicht raus. Was denn? Nein, ich komm jetzt nicht raus. Warum nicht? Äh, da fragst du noch? Ja. Weil du die ganze Zeit aus allen Servern rausgehst. Ey, wieso ist der zweite Server in dem ich gerade drin hab? Wollen wir denn eine Map ordentlich recordern, wenn du die ganze Zeit nicht verpissst? Doch, ich bin jetzt komm da rein jetzt hier. Alter, lass mich den Panzer da noch zerstören, ey. Du magst nur deine... Das ist nur, weil du deinen Namen vom Server so magst, ne? Das ist dein Server, du Honk. Ja, du wolltest doch da unbedingt rein. So, jetzt stürzen wir uns einfach noch mit 10 FPS auf diesen Panzer. So, ich hab dir eine Milliarde Einladung gestellt, komm mal hin. Wo? Ah. Hä? Das! Ich hab dir eine Milliarde Einladung gestellt, komm mal hin. Und selbst wenn es 10 Milliarden sind, werd ich nicht annehmen. Warum nicht? Wenn ich gerade mit 15 FPS die Jagd auf einen Panzer mache, der schon längst zerstört ist. Yeeeah! Operation Firestone, die Map ist 10 Milliarden. Yeeeah! Yeeeah! Oh, jetzt wieder auf einmal flüssig. Komm doch mal, helst mir, helst mir. Woo! Das macht Spaß, das macht Spaß, das ist Battlefield, oh yes! Das hat sich überhaupt nicht gereimt und war total blöd und... Vor allem haben wir so eine Lübelchen-Lakke gemacht. Aber dafür bist du ja eigentlich voll schlecht. Danke, ich hab dich auch lieb. Das ist echt so, jeder rennt zu dir und lässt sich gehen und so. Und was machst du? Gar nichts. Das ist Fluch und Segen. Genau wie das. Alles gleich, mach mal LF4. Bis gleich, Leute! So, ich muss mal schnell mein Handy suchen. Geht aber eigentlich noch. Ey, kann ich dir noch? Keinen Kupf! Ja, alter Vier, alter Vier. Ciao, ciao. Ich stehe die ganze Zeit hinter den Versuch, ihn dreimal zu messen. Drei Mal! Die volle Animation, aber der stirbt nicht und dann werd ich abgeschossen. Geil! Ja, geb ich dir auch recht. Ähm, was auch immer du gerade gesagt hast. So, ich hab mal eben... Du bist scheiße, hab ich gesagt. Achso. So, ich hab Team geswitcht. Jetzt geht's ab. So, ich hab hier mein Handy und das jetzt mal eine Stoppuhr starten. Ihr könnt euch vielleicht schon denken, wofür diese später sein soll, ne? So, dann lassen wir jetzt einfach mal recordern. Ich mach nochmal schnell ne kleine Unterbrechung, damit wir die Ladezeiten überspringen. Bist klar? Ja, das Spiel ist jetzt gerade zu Ende. Wie, das ist jetzt gerade zu Ende? Ich bin doch noch nicht mal drin. Ja. Aber ich hör noch was. Hey, du bist Tim. Ja? Schwarzer Bildschirm? Hallo? Ich hab 60 FPS und einen schwarzen Bildschirm. Ja, ist ja geil. Haben wir jetzt gewonnen oder verloren? Ach, zusätzlich Punkte 200. Super. Ich fühl mich gut. In welchem Team bist du denn? Keine Ahnung. Du bist ein Loserteam. Echt? Dein Team war verloren. Ach, super. Ich komm ins Spiel rein. Ich fühl mich sowas von äh... Supergut. Ich komm grad noch rüber switchen. Ey, du Arsch, ey. Das Spiel ist gleich zu Ende. Hüße. Switch mal so, sobald hier jetzt startet ein neues Spiel, sobald, äh, Dingens, sofort rüber. Weißt du? Möchte ich am besten einmal schnell die... Ne, brauch ich gar nicht. Alter, ist das Boon-like, ey. So, jetzt wechsel, 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 wechsel. Ist das Boon-like, ey. Dieses, dieses... Let's Play ist beschämend. Ich weiß. Ich schweiß. So, gehen wir jetzt einfach hier ganz alleine in dieses eine Team rein, setzen uns in ten Перjet und dann ist alles gut. Haha, Opfer, Opfer! Lalalalala! Hä? 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 Was ist das für ne... Ich will die... Ich will diese Perspektive nicht. Wir gegenfliegen eigentlich nochmal. Du bist so dumm, ne? Ich glaube, W, A, S, D und mit den Pfeiltasten, oder? Oh yeah, ich bin geil. Beifahrer, ne M-Zer. Okay, ich muss mich erstmal wieder dran kurz gewöhnen. Du kannst nix, Junge. Du bist ein dummes geh... gehindertes Kind. Dummes gehindertes Kind. Ein gehindertes Kind? Was bist du? Okay, das war sehr nah am Boden. Ist mir so aufgefallen. Ich hab schon wieder den dümmsten Panzerfahrer erwischt von allen. Ich habe 60 FPS. Ja, du hast doch alles auf niedrig geschaltet, du Burst. Ne, alles auf Mitte, dieses Mal. Steht dieses Mal alles auf Mitte. Einfach nur so, um auszuprobieren. Vielleicht liegen die Texturen dran, weil die Festplatte dadurch zu langsam ist. Äh, ja, ciao, ciao, ciao. Aber ich meine, es ist der Arbeitsspeicher. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht ist es auch dein Gesicht? Wahrscheinlich, Yannick. Diese Lösung ist am plausibelsten. Von allen. Oh, bleib stehen. Okay, Mist. Ah, Mist, der hat auch noch Raketen, ey. Das ist, äh... Nicht so geil. Wow, ich bin ein bisschen nah über dem Boden. Ja, macht Spaß. Na, bleibst du wohl stehen. Andre, lass mir die... Wo ist er hin? Markier mal den Jet an den Himmel. Da ist er. Keine Ahnung. Jawohl, ich hab den Kill dafür bekommen. Ey, ich fühl mich super. Ich fühl mich super. Ich hab einen Jetkill gemacht. Ich fühl mich wie Gott, ey. Oh. Okay, ich glaub Gott sein ist gleich vorüber. Vorüber. Das war sogar richtig. Yeah. So, wo sind denn hier die Jets, ey? Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Huhu? Huhu? Keiner da? Hallo? Ich langweile mich. Markier mal ein paar Panzer oder so ähnlich. In welchem Team bist du eigentlich? In euren. Scheiße. Ist auch ein Half-Team AFK. Hey, Junge. Ich sehe keinen. Ich bin ein Sniper, aber er ist so ein behinderter Sniper. Ich sehe hier keinen. Vielleicht sollten die Leute, die nicht fliegen können, auch nicht in Jets gehen. Ja, hier oben ist keiner. Ich sehe kein Heli, kein Jet, kein gar nichts. Ja, dann schieß doch die Lepanzer auf den Boden ab. Ja, ihr markiert die ja nicht. Woher soll ich wissen, wo die sind? Ihr markiert die ja nicht. Guck doch einfach nur aus Augen, oder nicht? Nö. Ja, das merke ich auch. Weißt du, wenn man mit 1300 hat letztes Mal ein Lieber die Hesse machen. Junge, weißt du, was wir eigentlich machen sollen? Wir müssen wieder unsere Loop-Taktik hier machen mit dem Panzer, weißt du noch? Mit dem Panzer einfach an die Station reinfahren und dann... Das war so nubig, ey. Das war lustig. Ja, weißt du, nubig war. Aber es war sogar fair. Fair! Neue Definition von fair, äh, reinfliegen und... Ja, fair ist so lange ich gewinne. So lange ich gewinne, sagt es fair. Ja, wir sind ja übelst am Gewinnen hier. Was macht er da? Ey, wie fliegt der? Vor allen Dingen, ich werde auch nicht von irgendjemandem erfasst, ey. Irgendjemand könnte mit der Javelin mich runterholen. Nö. Egal. Ich werde nicht als Bedrohung eingeschätzt. Du bist ein Lackhackmann, wie oft denn noch? Na komm. Na komm. Huh, huh, nein. Nein, Grafikkarte, lass mich jetzt nicht in den Stich. Ich hoffe, du stirbst. Könnte passieren. Oh, oh, war ja. Könnte wirklich passieren. Ach du Heiliger. Ach du... Wow, 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 wow. Okay, jetzt habe ich den Typen verloren. Shit. So, dann müssen wir jetzt noch mal hier kurz in die Kundschaft fliegen. Wenn ihr ihn seht, dann schreit ihr. Da. Ah! 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 Stürmer! Wo müssen wir eigentlich jetzt hin, frage ich mich mal. Aber nur so nebenbei. Da ist er! Ah! Was mache ich denn hier? Ich weiß eigentlich keiner. Stücke Kunststücke und treffe den nicht. Boah Alter, das war aber ganz schön knapp, Kollege.